Das nächste Stück heißt Asnei, so auch für unsere dritte Platte, von der Nei-Flöte. Und hier ist ein Gedicht aus dem 11. Jahrhundert von Rumi Molona. Er schreibt, Bechnu Asnei-Chun-Hikoyat-Mikonat. Hör dir die Geschichte der Rohrflöte an, wie sie sich über die Trennung beklagt. Seitdem ich aus dem Rührricht herausgeschnitten wurde, bringen meine Melodien Mann und Frau zum Bein. Und ganz am Ende dieses Gedichtes, das ist ja ein Gedicht, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube 50.000 Zeilen hat das Gedicht. Ich habe nicht alle vertont. Aber ich habe, aus diesem Gedicht gibt es einen Zweizeiler, der mir besonders am Herzen liegt. Da schreibt er, mag die Sprache auch manches erklären, Liebe ohne Sprache macht es klarer. Die Sprache auch manches, die Sprache macht es klarer. Die Sprache auch manches, die Sprache macht es klarer. Die Sprache auch manches, die Sprache macht es klarer. Die Sprache auch manches, die Sprache macht es klarer. Die Sprache auch manches, die Sprache macht es klarer. Die Sprache auch manches, die Sprache macht es klarer. Die Sprache auch manches, die Sprache macht es klarer. Die Sprache auch manches, die Sprache macht es klarer. Die Sprache auch manches, die Sprache macht es klarer. 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 Musik 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 ZANG EN MUZIEK 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 Amen. 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 Amen.